Was noch zu sagen gibt, ich sehe Besitzer und Trainer als Ulrich Borbant auch in der Winner-Circle jetzt vorhanden. Was auch nicht entspannt, oder? Das Pferd ist ein ganz, ganz tolles Pferd, muss ich sagen. Wir sehen mit der Hand, die Frauen geben, wunderbar zu tun. Auch zum Schluss, die letzten Mal, wie wir die Handel erstellen. Und auch durch die Handeln, das in die Hand zu fassen. Also, ein ganz, ganz tolles Pferd. Ich würde Ihnen nicht fragen, wie es hier zu vergleichen zum Beispiel an der Unterlage. Du hast ein gebote Zweijährige. Wir haben die in Berlin auch gesehen, in den Winner-Circle. Ist diese besser? Auf jeden Fall, das ist ein sehr, sehr gutes Pferd, würde ich ganz ehrlich sagen. Weil sie auch so heiß sind. Eigentlich hätte es schon perfekt sein, muss man das ehrlich sagen. Und ich glaube schon, dass sie zu einem ganz, ganz tollen Pferd. Da weißt du also, was die zu tun steht. Herr Borbant? Ja, das ist richtig. Ich würde mal kurz mit Herrn Borbant dazu. Zum Schluss, mit Herrn Borbant zu tun. Herr Borbant, gratuliere. Herr Borbant, Sie haben gerade gesagt, dass ich schon mit der Westweg hier gehabt habe. Ja, ja. Aber wir haben auch in der Ruhr, die sind gut. Da haben wir schon die Marierkeiter noch steigert. Und wir haben auch in der Ruhr, in der Ruhr, in der Ruhr. Die Marierkeiter noch in der Ruhr. Was haben wir vorhin noch gemacht? Ja, nicht zu viel, oder? Nein, wir wollen einigen anstreben. Das werden wir wahrscheinlich in Ihren Zentrum hängen. Die Leute fahren, die wollen wir jetzt noch in dem Laut von Ihnen davon gewöhnt mitnehmen. Und da müssen eigentlich die Luße anwenden gelangt. Und, Herr Freund, ich weise, Sie haben auch mal wieder neu eingekauft. Ich habe gesehen, Sie haben tolles Viert gekauft. Was für ein Viert ist das? Na ja, wir fahren hier von der Schöne-Rothung. Das ist eine Wichtbekannte-Eins. Das werden wir viel mehr aus der Linie sehen müssen. Wir haben auch in Frankreich, in Jährlichen verlaufen, in der Spätenzahle. Und wir wollen jetzt für nächstes Jahr wieder recht versperren. Ihr seid heute aufgestellt, ist es ja? Ja, ich denke, ja. Wir haben rechtlich gut gesperrt. Und wir machen es, glaube ich. Viel Erfolg, Herr Roland. Vielen Dank. Vielen Dank.